Sie erzählen die Information über Gebäude und Bürgerinnen. Generalissimo Santana says that it is imperative to learn how to make money from my island. The Generalissimo explains that he will teach me how to manage optional tasks, how to make money at the beginning of my role, and how to develop industry later on. Production and transportation are the basics of an island's economy. Understanding production chains, workers, wages and jobslots is the difference between a guru ruler and a failure. Finally, I will have to acquaint myself with international trade and foreign imports. Okay, hier lernen wir ja das über die Wirtschaft der Inseln und wie wir uns mit internationalen Händlern und so Zeugs auseinandersetzen. Übrigens muss ich sagen kurz, die Ladezeiten sind zumindest, wenn man jetzt die Grafik auf schwach gestellt hat, gar nicht lange, das ist gut und es gibt hier vier Tutorials, die sind dann auch nicht so überlang. In manchen Spielen gibt es ja acht Tutorial-Levels oder so, wenn man wirklich alles genau lernen will. Und ich hoffe, dass man hier durch die Tutorials das auch schon lernt, zumindest das ist beim ersten so, dass man langsam an das Spiel herangeführt wird und hier sind ein paar Presse-Ausschnitte, die könnt ihr euch ja durchlesen, aber wir bringen jetzt mit dem Making Money Tutorial. Und hier haben wir schon ein paar Bürger. Willkommen zurück, mein Freund. Wie ihr wisst, gibt es nur eine Sache, die die Welt umgekehrt macht. Geld. Schöne, schäuze, schönes Geld. Willst du wissen, wie man mehr Geld machen kann? Ja, will ich gerne wissen. Ja, bitte. Occasionally, neue, optionale Tasche werden auf deiner Isle. Suche Events sind mit einem großen Exclamation-Punkt-Icon. Okay, ähm, wir haben jetzt eine optionale Mission erhalten, die hier ist. Well done, Presidente. Optionale Tasche geben dir eine Chance, eine Reward zu erzielen, wenn du sie erzielen möchtest. Akzeptiere eine Tasche, um sie zu deinen Objektiven zu erzielen. Okay, also mit diesen optionalen Missionen können wir uns ein bisschen was dazu verdienen. Und die habe ich jetzt mal akzeptiert hier. So. Farming ist eine günstige und effiziente Art, um Geld in den ersten Jahren deiner Reward zu erzielen. Okay. Eine Farm bauen ist mal meine Mission. Okay, dann bauen wir auch gleich eine Farm. Mhm. So, die bauen wir natürlich direkt. Nehmen wir unseren Palast. Nehmen wir unseren Balazzo. Okay, da brauchen wir natürlich wieder Bauarbeit, ist klar. Yo. Yo. Ich glaube für die... Nein, ich mache mal drei nur. Drei dürften reichen. So, die Farm wird dann eh gebaut, also kann ich mich derweil um die anderen Aufgaben kümmern, denn wir müssen jetzt alle acht Aufgaben hier füllen, um weiterzukommen. Drei dürften Sie nicht, um neue Gebäude zu erzielen, um neue Gebäude zu konstruieren. Es gibt spezielle Leute für das. Okay. Es gibt spezielle Leute für das. Okay, ich hätte mir das vielleicht ein bisschen besser durchlesen sollen. Toll. Na gut, warten wir erstmal, bis die Bauarbeiter für meine Farm eingetroffen sind. Das kann ja auch wieder Tage dauern. Deswegen beschleunige ich das Ganze mal. Produktion ist nicht magisch für Geld, Amigo. Die Teamsters transportieren alle Ressourcen zwischen deinen Gebäuden. Okay. Transporter. Complete all tasks. Old 12 Nacht haben wir schon. Okay, das glaube ich, hätten wir uns noch durchlesen müssen hier. Also, Produktwege sind auch. Gut Arbeit. Jetzt, wir nehmen uns einen näheren Blick, wie die Bauarbeiter arbeiten. Okay. Du kannst die Kruppen, die die Bauarbeiter auf jeden Fall verändern. Dein Land wird meistens ein paar Bauarbeiter gebaut, wenn du das Haus verbringst. Warum nicht sie schaltenkommst, warum nicht eine von ihnen zur Zuckerproduktion. Okay. Ähm. So, wie können wir denn das, ah, Bananen. Ah, hier können wir sagen, was da produziert werden soll und hier sehen wir auch auf unserer Insel, für welche Produkte auf welchen Stellen der Boden geeignet ist und wir nehmen jetzt Zucker. gut das hätten wir okay unsere fernbung ist ja auch schon gebaut deswegen haben wir schon drei der acht aufgaben erfüllt dann schauen wir uns mal das hier an mines provide excellent profit early in the game it is best to build mines close to the corresponding resource deposits iron gold bauksite was sold okay müssen eine goldmine bauen nämlich hier in einem golfer kommen in der nähe und das machen wir gleich den minen sind auch im früheren spielverlauf wichtig hat uns der liebe typ hier gesagt denn es dann durch die tutorials leitet dessen name ich aber schon wieder vergessen habe so nein weil nur gold produzieren excellent presidente to ensure that your builders with construct the mind with haste you need to build a road to the mind okay wartet wir wollen hier quick build nee all metals nein wir wollen nur auf gold und jetzt brauchen wir eine straße 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 ja infrastruktur straßen da gibt es weg ok woran bauen wir die straße doch direkt zu unserer haupt straße hier ja genau das mal bis hier hin und dann noch mal bis dahin perfekte schöne straße so jetzt brauchen wir aber wie immer natürlich workers use garages to travel between their workplace and homes some buildings like the mind have their own garages okay also wir brauchen garagen damit die leute von ihren arbeitsplatz auch wieder nach hause kommen und zum beispiel die mine haben eigene garagen die minen und hier können wir jetzt natürlich wieder auch die bearbeiter einteilen ja natürlich brauchen wir ein paar die das ganze hier bauen ich nehme mal drei wieder so weiter miteinander aufgaben hier ist noch einer all the important information about your financial state can be found in the almanac okay okay here um open the economy tab of the almanac okay with us once you have your basic economy going it is best to think about investing in industry build a jewelry factory to process the gold from the mine into the much more expensive jewelry resource gut dann versuchen wir das gleich natürlich muss das auch wieder bei einer straße sein hallo ne blubel ist zugesucht das bürgeln ja machen wir mal auch wenn es uns ziemlich viel kostet aber egal wir müssen es zur straße connecten also hier so hier ist perfekt aber natürlich muss wieder gebaut werden nein nein vergliche dauernd so ach hier wird schon gebaut das gut okay das drunter wird doch auch schon richtig open the economy tab all the important information about hier sind alle unsere wichtigen informationen über die wirtschaft gespeichert well done amigo currently you are not making much profit this will change once your economy starts producing and exporting goods gut also hier können wir ja unsere übersicht sehen wie viel profit wir haben unser zeug aber das ändert sich natürlich also wir kriegen dann mehr profit wenn unsere wirtschaft dann endlich mehr waren produziert und mehr sachen ins ausland exportiert okay jetzt haben wir schon fünf aufgaben erfüllt gibt es denn hier noch welche a da okay diese fabrik hier ist nicht mit den nötigen resourcen ausgestattet die es eigentlich brauchen würde okay wir müssen also hier erlauben dass die waren die für diese firma hier benötigt werden importiert werden die können wir hier erlauben okay ja wir werden es auf jeden fall mal erlauben gut dann noch okay wir können uns hier über die exporte und importe informieren okay wir können auch hier den import stoppen hier sehen wir auch von welchen rändern wir importieren und exportieren also die bekannteren also die bekannteren also die sowjetunion china und usa und der mittlere osten das ganze spielt ja im jahre 1950 deswegen gibt es auch noch die uss ja und was sollte ich gerade tun stoppt import auf tabaco genau so haben wir den tabaco hier for bit imports genau well done no more unnecessary tobacco will be delivered to our island gut das hätten wir geschafft dann können wir es recht den nächsten die aufgabe wir bitten workers are the driving force of our economy they sweat and toil to produce the goods we sell on the international market okay also 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 select the fisherman's worth by clicking on the building okay so here oh no this place is empty genau wir brauchen wir müssen wir die arbeiterseile hören gut machen wir gleich ja bast jetzt arbeiten gleich viele leute da now that the wharf is working let's take a look at the carnary okay this place is over staffed you should fire some of the workers so that we don't have to pay them okay gut excelencia wir können wir dich feuern oh nein das ist ein heimatsloser ja wir sind halt der fiese diktator wir können leute feuern so wie können wir dich jetzt feuern ah hier mhm oder hab ich denn das gefeuert ich weiß es nicht gut wir haben jetzt alle gefeuert bald Exzellente Präsidentin, jetzt werden die Teamsters das Gold, produziert von eurem Minden, in die Jewelleryfaktorien, wo es weiter veröffentlicht wird. Okay, wir brauchen den hier noch zu feuern. Gut. Gut, jetzt öffne die fehlenden Arbeitsplätze, um die Menschen zu verhindern, dass wir hier das schließen, damit wir nicht mehr Leute hier in dieser Verbindung wieder haben. Managieren eure Arbeitsplätze, wird maximisieren eure Kosten und minimisieren die Kosten. Okay. Gut, wir haben es geschafft, okay. Job gut gemacht, Präsident. Managieren die Ökonomie einer gesamten Isländer ist keine einfache Aufgabe. Ich schreibe, was ich von Generalissimo Santana gelernt habe. Ich habe zu erinnern, um die naturalen Ressourcen zu entwickeln. Ich habe zu erinnern, um die Ressourcen zu entwickeln. Farms, Mines, und Logging Camps. Fokus auf die meisten Lucrative Exports. Roads und Garages wird maximisieren die Infrastruktur und optimisieren die Efficacität. Once I have secured a steady income, I must...